Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen vor einem Haus in Florida, das zum Verkauf steht. Aber bestimmt nicht lange. Es kostet nur 159.900 US-Dollar. Die Hauspreise steigen in Florida wieder. Was vor kurzem noch zu unglaublichen Preisen angeboten wurde, ist heute dafür nicht mehr zu bekommen. Unsere Florida-Preise sind aber für Europa-Verhältnisse immer noch unglaublich günstig und sicher eine der besten Geldanlagen. Dieses Haus hat drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wohnzimmer und eine Küche, außerdem ein Pool. Danke für das Anschauen dieses Films. Mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.